Ja, liebe Freunde, heute gibt es hier einen Guckersalat, einen E-Saf, ein paar extrem gut. Die Supermaschine gibt es auch nicht so da. Ich mache noch ein bisschen aufpassen auf die Pinner. So, ich habe jetzt ein Räckwertgefüll. So. Jetzt hebe ich dann einfach so ein Halb. Und dann wird es klar aus. Voila. Da oben, aus dem Wasser. Natürlich, kommt nicht in Olivenöl. Also, wir müssen abnehmen. Das muss ich auch nicht gehört machen, ist dann noch besser. So. 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 So.